Trotz ihrer wunderschönen Figur lässt Paulina ihren Körper neu formen und das in der Türkei. Das erste Ergebnis gibt es nun. Schönheitsoperationen sind mittlerweile ziemlich normal geworden. Jede zweite Influencerin hat irgendwas an sich machen lassen. Seien es die Lippen oder eventuell auch die Nase. Noch vor ein paar Jahren war das ziemlich außergewöhnlich, dass ein Star irgendwas verändert und auch offen zugibt. Heute werben die Influencer für solche Operationen mit bestimmten Codes. Auch Paulina ist da nicht anders. Sie formt ihren Bauch und ihren Po und das, obwohl sie Leistungssportlerin war. Doch diese beiden Bereiche hat sie nie in den Griff bekommen. Also bekam sie in der Türkei ein wenig Hilfe. Nun gibt es das erste Ergebnis und sie ist sehr zufrieden. In wenigen Tagen bekommen wir einen besseren Eindruck. Noch ist alles angeschwollen und braucht Zeit, um sich zu formen. Trotzdem ist sie zufrieden mit dem Ergebnis. Würdet ihr solche Operationen auch an eurem Körper machen? Entschuldigung! Ver Nice cho quyholt! grass seulte